Musik 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 Ich geh immer so lange aufpissen Ja Musik 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 Ich kann ja mit dem Bonn gehen Musik So Boah das Spiel wird für richtig Hammer Brasilien gegen Kolumbien in echt Ja Ich möchte einfach Kolumbien spielen Ja Kolumbien haben ja richtig stark Das ist auch vor der WM so klar Was ich jetzt nicht so richtig hab Das ist echt krass Alter wen die alles haben Erzuniga, Martinez, Quintero, Jamez Boah Falkau Herr Falkau spielt ja nicht leider mit der Verdammt Ja wechseln nach Real Glaub ich Ja Prostklin Tor Zilsberger die schwuchteln alle Das ist gemein Wally Statt der nicht irgendwann zum Tor? Wo wir gezockt haben? Wo wir gezockt haben? Wo wir gezockt haben? Wo ist Mittelfeld hier? Bo4 Not found Und so ganz einfach war das eben nicht Mittelfeld muss auch früh drauf gehen Weil sonst Muss ich mit den Außenverteidiger raus Nein Spiel einfach nach vorne Nicht mal hinten Wisch Oh Boah Alter blöte Stecken Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz Ich bin nach außen, komm, guck Schick, schick Jawohl Ich bin nach unten Ah, war gut gedacht Wieder unten Tschüss Hab Außenrissschüsse nicht leider, scheiße Schon leider kaputt Schon leider kaputt Fantastisch Flank nicht, flank nicht, flank nicht, flank nicht Alter, wie kommen die denn immer da dran? Wie kommen die denn immer da dran? Keine Ahnung Keine Ahnung Die haben alle ihre Foto Kopfball gespielt Jaja, die Taros und die Mafuyu sind Kopfballstärker Ja, vor allem haben die eine Dreierspitze, ne? Das müssen wir eigentlich auch so machen Scheiß auf Flügel Wir haben aber hier fünf Spieler, ne? Oder vier, ne? Alter Guck dir das an Kann ich echt nichts machen, ey Das war sauknapp, ey Mafuyu ist noch Kopfballstärker sogar, ey Der hat richtig Kopfball gespielt Ja, weil die jetzt so gut Tore machen dann halt Naja Naja, müssen wir damit irgendwie klarkommen, ne? Aber die müssen doch geskillt haben Die können nicht standardmäßig so stark sein Wie können nicht standardmäßig so stark sein? Guck mal, drei Drei Mal Und dreimal Kopfball Und alle Kopfball-Duelle haben die gewonnen Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an Das nächste Mal ab jetzt bringe ich einfach den Torwart raus Da haben die jetzt was gehen, hallo? Jetzt Jetzt machen wir auch Kopfballen, komm Was machst du da? Hä? Was machst du denn? Warum ist das nicht mein Pro? Oh, ist doch scheißegal, ich spiele den Ball einfach War ja da unten Fiesta da Jetzt versuchen sie sich freizulassen Alter Musst du wieder umstellen, der steht wieder zentral Ich bin auch unten Tor Mach ihn rein! Ja Wer spielt denn von uns rechts außen? Keiner, ne? Nee Da müsstest du ja nicht stehen Naja, muss ich halbens einmal umstellen Wieso sind die reingegangen, ey? Der Abstauber Macht er dir einfach von, dass du wolltest Ja, hier könnte sich eine Runde Wenigstens den scheiß Kopfballett gemacht jetzt Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich Ach täh, ganz ehrlich Und ich bin komplett frei zum Beispiel für den Flankenwechsel, offen Ich bin auch da Renn rein, renn rein, renn rein Ich bin unterwegs Ich komm rein, ich komm rein Mach, mach, mach Jetzt, jetzt Ach Der ist weg Irgendwie, wir müssen irgendwie eine Losung für die Kopfbälle finden, ey Dafür kannste keiner finden Ach so, jemand geht ein Innenverteidiger und macht sich 1,90 oder so Das bringt nichts, ey Ich sag nur Stadtwache und Buffy kommt auch nie dran Ah, ne, da zu spät, ach doch Kriegt er noch Hinten, hinten Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel Nice Du bist am Abseits, ja Nein, war ich nicht Nein? Oben Außen, außen, außen Alter, da ist nichts los, ey Wie gesagt, da bringt nichts mit dir in die Flanken Du musst ja nur Halt schon kurz was machen Auf den blauen Wow Okay, ich flanke Äh Blau, blau, blau Ja Der bringt raus, aber wetten wir Der kommt gut Der kommt gut Ach Aber ich gewinn die Kopfbälle-Duelle wenigstens Ja, aber guck mal, guck mal deine Kopfbälle, guck mal von Mafui und so Noch viel krasser Ja gut, der ist aber auch ein bisschen OP Ja, ja, die haben echt geskillt, die Kopfbälle oder keine Ahnung warum Kurzpass Alter, scheiße, ich dachte du kommst ganz weiter Einfach ein Kurzpass Durchdruppeln kann ich nicht eh Gute der Flanken Und Achtung, genau hingeschaut Gute der Flanke Habe ich Genau da wo der Flankenball hinkommt Lauf med, ich lau med So lange Ball, lange Ball, lange Ball Jetzt lange Ball Leite weiter Boah, sehr schön. Mach alleine, mach alleine. Ja, klar, Mann. Alter. Ich war kurz davor Nachschuss zu kriegen. Damit rechts hätte ich nicht schießen können, wäre scheiße gewesen. Die gehen lieber bei meiner Seite, wenn ich vorne stehe. Hab ich. Warte, ich komm mit. Ja, komm. Alter. Nice. Alter, wie oft kam ich jetzt fast zum Abschluss, das ist unglaublich. Ruhig, Buffy. Ruhig. Oh, fuck. Das gibt Ruhig. Scheiße. Gelb, was haben wir noch reingrabt? Der TL, Alter. Was? Hätte ich nur für YouTube immer geändert. Ruhig, Buffy, Bum. Da gibt's kein Grund, der schießt sich, der liegt riesig mit seiner Eintracht. Warte, jetzt kommen jetzt 1000 Mal schon wieder. Werde flanken. Drei, vier, vier, andere. Alter. Die schießen ja mit dem Fuß, die machen einfach nur Popsfälle. Ja. Die haben sich zwei Clubs gemacht oder so und dann haben die immer einfach ein Tor drausgeholt und ins Popsfälle, also so sieht es für mich aus. Ja, lange Bälle bringen, wer will, Leno, komm zu dir. Du musst runterbringen, irgendwie die Bälle. Alter. Da war ich zu kurz. Hab ich, hab ich, hab ich. Alter. Die hast du nie mit den Standarddingern. Da darf man nicht so sicher sein. Nice, den hast du noch. Wow, der Messi, Ronaldo, ey. Nicht grätschen, Alter, nicht grätschen. Und nicht nach hinten zu gehen, spiel einfach ne Ball weiter. Alter. Ja, komm, Alter, ja, komm. Und die sagen uns, wir sollen nicht skillen oder was. Haben die gesagt? Ja. Ja, ihr habt 100%ig geholfen. Guckt ihr den Tor an, Alter. FIFA kann mich am Arsch. Der Drango macht sich ein Torwart, Alter. Es geht noch 990. Es steht noch 2-1, es steht noch 2-1. Der spielt mich am Arschlecken, ich gehe an die, an die Playstation wiederum. Ach, was ist das denn, Alter. Mach einfach nen Kurzpass. Ja, das reicht. Puh. Guck mal, ich renne in die Mitte. Nee. Jetzt reinbringen. Hab ich. Alter. Die verstehen sich blendend. Einer drauf. Die haben noch das echte Brasilien. Die haben noch nicht die Spasti-Spieler dabei. Das echte Brasilien. Klar, Neymar. Die richtig kopfballstarke Schönen. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Alter, der kommt durch, ich wetten, ja? Nee, 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 nee. Da. Wie ein Sp... Was ist denn das? Das ist schön. Komplett frei unten zum Beispiel. Rennen mit auf Höhe der Abwehr. Ja, leider kann ich nicht mit den Bots hier super Pässe spielen, das geht leider nicht. Ich sag nur. Ja, ja. Versuche ich schon irgendwas zu reißen, aber... Nein, oh, Fandah! Ja, Scheiße. Dreikampfstark nur gegen die eigenen Leute. Ich drücke alle Scheiße. Och, Mann. Ich hatte schon so einen schönen Plan. Ich wollte gerade abdrehen. Ich wollte gerade abdrehen. Ich wollte gerade abdrehen. Dann rennt er noch mal ein. Natürlich geht der gegen den Scheißposten, Alter. Er würde kein Tor geben, Leute. Ey, das hier war da heftig, ey. Guck mal, wie der den abdrehen und dann, Alter, der Torwart steht da wie so eine Gurke. Ja, die Pro sind jetzt gewählt. Ich habe auch letztes Mal gesehen haben, Kevin und Sascha auch bis vier Uhr morgens oder zum FIFA gespielt. Ich habe denen ja gesagt, wir müssen dann... Du musst dann Spiele auf den Stellen noch, ne? Welcher? Ach, Scheiße. Ist egal, jetzt ist egal. Ah, ich bin schon dran gewohnt. Ja, aber ich habe denen gesagt, wenn die mal Zeit haben und so, müssen wir alle spielen. Wäre ja mal lustig, mit 8 zu spielen. Aber dann um zu skillen, weil sonst hier skillen wir ja nicht. Alle mit in einer Heimlichheit. Dann hätte ich ja gerade an was skillen können. Du machst einen Club, ich mache einen Club und dann skillen wir so. Ja, aber die wollen ja... Ja, wenn schon alle, ne? Also wenn wir skillen und die dann wiederum nicht, ist das scheiße. Deswegen müssen wir alle skillen. Zusammen. Machen sie mal. Nächstes Mal, wenn Standard-Situation ist, sag mal Bescheid. Erinnert mich, ich stelle um. Kannst gleich einen Anschluss machen, wenn die 3-1 machen. Das kann nicht sein. Aber das war genau die gleiche Situation, hatten wir heute schon mal. Mit so einem nicht geskillten Typen hier. 85 Abschluss, ey. Wow. Wo läuft der denn dahin, Alter? Jetzt startet er durch. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Achtung! Da kommt keiner mehr ran. Nach vorne? Wenn hat er fest, denn hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Was ist das denn, ey? Sorry. Die Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Nee, nee, kurz, kurz. Ich stand vor dir. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hinten und her spielen. Geht ihr rein? Wie kommen die denn immer da ran? Boah. Und dann, älter. Aber doch nicht. Immer auf Defensiv und auf Konter. Ja. Habe ich. Muss keiner da. Zieh nach hinten, zieh nach hinten. Pass. Pass. Nein. Buffy. Pass einfach nach außen. Ich kann ja ausschießen. Also, bitte. So machen wir uns schon die ganze Zeit. Oh, Daule. Hab ich jetzt den Kopfnuss. Der muss ja den Kopfnuss, ey. Nein. Kommt da fünf Leute drauf. Das ist überhaupt nicht. Jetzt will ich weiterspielen, Lendo, oder? Schönes Stellungsspiel. So hat er den Ball mit Leichtigkeit abpackt. Hier, nehm ich mit. Oh, scheiß, Mann. Ich hau, Platz. Ich will da wegfegen, ey. Ja, klar. Spiel gerade. Alter. Jetzt lang. Ach. Jawoll. Na, voll, ah, Flank ein. Nein. Ich wollte ihn fassen. Ich wollte ihn einfach aufreden. Fahre nach Mitte. Was sollte er eigentlich? Super, wen, geklärt. Und Achtung, der könnte passen. Buddy in your channel time. Ja, nein. Nein. Haha, du bist auch im Weg. Alter. Eih, Mann, ey. Äh, Lennos hat eine Kopfnuss bekommen. Lennos Kopfnuss, ja. Äh, Lennos Timed Up, was? Äh, Kopfnuss. Mama. Kopfnuss. Mama schaltet den dann ein. Äh, du wolltest dann Pro noch ändern. Mach mal, keine Flagge bitte. Kader. Ja, die kommt jetzt rein. Die kommt rein, die kommt rein, die kommt rein. Müssen wir da raus, musst du da. Ja, ich hab gemacht, warte. Ja, schalt zurück. So jetzt. Da siehst du, das machen sie denn. Die Warten müssen andere Spieler durchdrehen und dann musst du einfach decken. Ja, ja. Da hören wir nur die Vospieler decken. Gehante. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Tolle Flanke. Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Da ist ein Spieler am Boden, könnte es sein, dass er sich gezerrt hat. Ach, scheiße. Nimm den, nimm den, nimm den, ach. Das war keine Absicht, ich wollte ihn nicht hochspielen. Ah, nein. Nimm du, nimm du. Beim Abseits. Oh, der kommt gut. Ja, nein, jawoll, schön. 2-2, sauber. Ja, ich wollte nicht mit dem anderen schießen, weil das ein Ort war. Ja, ja. Sehr gut, aber aufgelegt gewesen. Gut gespielt. Ja. Ja, jetzt aufpassen. Jetzt machen wir wieder dasselbe. Jetzt können die auf den Spiel einfach direkt drauf gehen. Ja, ja. Komm, noch schneller. Kein Problem für den Gegensatz. Wo Pfander geht drauf? Gutschön. Ja. Verteidigen. Hab ich. Die Flanke ist kein Problem dahinten für die Abwehrspieler. Jetzt. Oh. Ach. Herrliche Flanke. Das ist sogar die in Kopf bei dir. Das ist unglaublich. Ja. Boah, er war aber knapp, ey. Jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, ja, ja. Ach. Scheiße. Gute Übersicht. Im richtigen Moment sterben. Der richtigen Ort. Wovon er bleibt mal bei ihm. Ja, schön, schön, schön. Ja, nein. Ach, was noch? Was noch? Hm. Gut gemacht. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, noch mal. Sollen wir dann wieder falsch neu machen, weil wir eh nicht Lendo haben? Ja, wir können 4-4-1-1 machen. Also einzelner Stürmer. Und dann steckt der Ball einfach immer durch. Okay. Ich stelle ein. Ja, dann gehst du Mittelstürmer. Ich stelle ein. Und Wovon da geht, nicht auf den Flügel, sondern hat man einen Fuß, bist du rechts groß, ne? Aber jetzt nimmst du so eine Idee, rechtes Zentrales Mittelfeld. Du bleibst aber wirklich so immer Mittelfeld und hinten, damit du verteidigen kannst. So, wo bin ich, Mittelstürmer? Oh, die KC-Kapitänstürmer. Ne, bleib doch. Ne, ne, mach du. Ne. Na, warte mal, wer ist schon beliebig? Du musst beliebig. Ach so. Liebig. Da muss ich jetzt sofort umstellen. Bestimmt, ist mein Pro irgendwo anders. Wir können weiter drücken. Ich stelle mal um, warte. Ich stelle mal um, warte, ja. Die Management. Okay, Mittelstürmer. Okay. Hast du? Ja. Okay. Ach, Schatz. Boah, wie depressend, ey. Krass. Alter. Super gemacht. FIFA. Mach er sehr defensiv und dann kommt er. Okay. Willow, alter. Warum? Und jetzt lang, lang, lang. Ne, ja, wo? Ich vergesse immer, dass ich dann beliebig hier habe. Dass ich diesen Bot da habe, ey. Der Watter ist richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Oh, was? Nichts, gell. Ja, ja, ja. Versuche irgendwie immer mit dem linken Fuß zu spielen, ey, rechts. Geht bei mir gar nicht. Jetzt startet er durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ella. Da sieht der Torwart am Ansatz, dass der deutlich über seinen Kasten. Also wenn ich sag, äh, hoch, dann spielst du sofort einen langen, hohen Ball, okay? Weil ich versuche mich jetzt immer wirklich so hinzustellen, dass er sich sofort durchstellt. Wenn ich sag, flach, dann halten. Flachen Ball. Jawoll. Ja, gegen mich. Alter, komm. Na, ey, was? Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf, außerhalb die richtige Entscheidung war. Also bald ging er auf dich? Weg. Hm. Achtung, hier bandt sich vielleicht was an. Da, was machen die da? Ja, klar. Was? Wo ist denn jetzt der Freistoß und seine Freistoß aus dieser Entfernung? Sie sind immer... Freistoß und so schießen ist nicht schwer. Ja, bisher hatten die... Ja, also die haben was geschrieben, aber das kann doch nicht sein. Ja. Bisher hatten die Freistoße nicht so drauf, ey. Knallt der denn in den Winkel? Ja, wie gesagt, das ist nicht schwer, aber trotzdem haben die du gespielt, dass du magst. Wie viele Leute, die draufkommen, ey. Ich hab gar keinen Platz, irgendwie. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Pfanne, geh mal drauf. Sie schaffen Anspielstation. Oh. Gefährliche Planke. Ja, wie schnell ist der denn? Ich hab gefault, dachte ich schon, ey. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option mit dem Rundry. Boah. Wollt. Wollt. Ja, gleich Doppelbruch kriegen müssen, wenn er dann eine Spiele noch mitgebaut hat. Kurz. Ja. Ja, da kommt was auf uns zu. Er hat ihn den Ball ja bei mir. Halts, halts, deren Post. Ohne Scheiß. Der, deren Potz. Was? Ach, Quatsch, ey. Das war doch kein Freistoß. Und den macht er diesmal nicht rein. Ja, danke. Boah, was ist das für ne Ballernahme? Game Sucker. Nein, der steckt durch. Dass sie immer den zweiten Ball wiederbekommen. Ja, dann profitiert er vom guten Stellungspiel. Dank. Lang? Nachzuschwerden. Ja, ja, ja. Ich warte auf den Ball, ey, klar. Balleroberung im Mittelfeld. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Jetzt ist die andere Mannschaft im Ballbesitz. Mach was draus, Junge. Das Spiel ohne Ball klappt. Kurz. Kurz. Ja, da ist aber nur zu. Ich komm nicht da durch. Nee, du konntest ja nicht kurz sein, dann kannst du dem Ball auch schon passen. Was ist das, Mann? Was? Das war eine Frage. Ein Ball gespielt, Mann. Ja, okay. Ja, okay. Richtig mit seiner Entscheidung hier abzupfeifen. Bankengang, ja. Normalerweise wird das souveräner, aber die Hauptstadt... Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, alter. Geh durch, geh durch. Geh durch, ich lobe nicht, ich lobe nicht, ich lobe nicht. Ah, nein, ich hab zu früh. Scheiße, Mann, sorry. Alter. So. Oh, doch nicht. Guck mal, was ist das denn, Mann? Ja, normal, genau. Pass ihn doch auf, du Spaß, du kennst, ey, es ist unglaublich. Alter, das ist gelb, natürlich. Ach, Mann, ey. Ich hab so viele fassungslose Gesichter in der Abwehr-Frau haben lange nicht mehr gesehen. So ein Freistoß-Tor, ja. Ja, ich hab das gedacht, dass wir jetzt 5 und 14 Minuten in diesem Spielstand noch ist wahnsinnig eine faustdicke Überraschung. So ein Freistoß-Tor. Einen machen wir aber noch. Geht los. So, jetzt macht er wieder der Bart, bis Sascha durchläuft. Jetzt, pass auf, bis Sascha einfach durchläuft. Wenn Sascha durch ist, passt der Ball wieder. Oder Dennis. Dennis ist unten, vom Abseits. Wie kriegt der den denn, ganz ehrlich? Ruhig, zieh, ruhig, zieh, ruhig. Ja, sauber. Da wird er vom Ball getrennt. Jetzt kann die Flanke kommen. Was macht der? Pass zurück, pass zurück. Ja. Ey. Wir sind voll dabei abgenommen. Die sind irgendwie, ich weiß nicht wie die das schaffen, aber die laufen so gut. Wir haben wahrscheinlich, sind höhere Liga und wenn du höhere Liga hast hast auch bessere Bots. Ein Stahlpass, da steht immer dran. Will die nicht müde werden, ey, die sind überall. Jetzt? Ja. Ja. Scheiß Annahme. Wo kostet der Liga flut? Da hat der geahnt, ey. Da hat der geahnt, ey. Schieß. Schieß. Nochmal, nochmal. Jetzt. Schieß doch! Alter. Alter. Hier, erst nochmal wartet, ey. Okay. Eine wichtige Banderoberung im Mittelfeld. Schatz. Ah. Ich bleib jetzt einfach vorne. Schöne Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gute Flanke. Tor. Ne, 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 ne. Komm mit. Jetzt nochmal? Ja. Warum spielt der denn so einen scheiß Ball? Oh, oh Gott. Wie schnell der Torwild einfach ist. Das ist unglaublich. Gott, da hat sich umsonst gehen. Im Mittelfeld zurückgeholt. Sie schaffen Anspielstationen. Sie schaffen Anspielstationen. Das ist klar. Abstoß. Ah. Nehm ihn runter. Ah, Alter. In der Mitte. Ich komm nicht ran. Sein Spieler ist ja irgendwie 200 Kilometer schnell. Geh nach außen. Geh nach außen. Geh nach außen. Geh nach außen. Wofann dann machst du? Ah, ich mach. Soll ich mal nach außen flanken? Willst du schießen? Ja, ja. Okay. Warte, warte. Jetzt. Ich hoffe, der kommt an. Manche Ecken sind gefährlich. Achtung! Da waren sie auf einem so schönen Weg zum Ausgleich. Und dann das heideröslein. Ich glaub das nicht. Mach's offensiv. Ja. Lang. Dün. Jawoll. Komm, 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 komm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ba, Alter, wie schnell sie sich daran vertreiben wieder, Mann. Ja. Versteh ich auch richtig. Wir haben hier ohne Scheiß das Piz, wir haben hier noch selber gelevelt. Die Abwehr steht goldrichtig. Das war schwach gemacht. Es gibt eins. Alter. Was macht der? Alter, was soll das denn? Schön. Flag rein, flag rein, ich bin frei. Alter, mach ihn. Alter, scheiß Bot. Scheiß Bot, ey. Okay, was ist das denn? Mist. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Nicht nur abgewehrt, sondern auch den Ball souverän festgehalten. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke... Überhaupt nicht viele Leute, die einfach drauf kommen, ja. Spiel plus du lassen. Ja. Jetzt. Flagen! Schick mich! Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Gute Flankenmöglichkeit jetzt! Schick mich! Schick mich! Ach, Alter! Geh drauf, geh drauf, geh drauf! Ja, Dennis kann nämlich gar nicht so wollen. Einfach draufgehen, draufgehen, draufgehen! Blindenes Verständnis hier! Nicht dick, einfach drauf! Ja! Boah! Nene! Alter, Mann! Das gibt's doch nicht, dass wir verlieren, ey! Der Flanke kann da nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern... Wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann... Ja, ich bin bei Ultimate Team immer so gewohnt irgendwie, dass ich die Spiel zu gelese und dann draufgehe. Und deswegen ist das Reflex bei mir. Dass ich erst nicht draufgehe. Ja, geh einfach drauf! Boah! Ja, so ist das im modernen Fußball, da braucht man den mitspielenden Torwart. Jetzt zieht er ab! Da halten! Aber noch... Alter! Ja! Ey, Alter! Mann! Mann! Oh, Mann, ey! Ich hoffe jetzt, dass ihre Co-Glambe kann mit ihnen sitzen. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Brackland. Ich sage Ihnen tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage!